Moins und meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition. Ich bin immer noch gewillt, Mr. Dungeon zu sagen. So, lass uns sehen, wessen Pokémon stärker sind. Schrein der Ernte. Raupi! Raupi des Todes. Guten Tag. Warte, warum hab ich einen schnelleren Frame drin? So, jetzt kann ich so limitieren. Bede. Tanzer. Ich glaub, darauf ist Kampf nicht so sehr effektiv. Pum, 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 pum. Jo, explodier mal fein. So, wie viel Schalt macht's uns? Nicht mal Hälfte. Weberack. Durchbruch. Nicht sehr effektiv. Okay, merken wir uns. Und, ja, wir sind vergiftet. Cool, sind wir gleich tot. Ich setz' noch fix meine Anzahlung ein. Um meinen eigenen Tod zu reichen. Maske regen. Wir haben so eine extreme Schwäche gegen Wasser im Team. 61. Bedroher. Soll mir recht sein. Wie, denn vier hat's überlebt. Okay. Boom. Was ist denn jetzt? Charipendra. Nost, da bleib ich drin, ne? Das ist dieses... Genau, jetzt hab ich's mir nicht auch gemerkt, was es ist. Funkenflug. Nichts effektiv. Zack. Down. Die Musik ist ja schon berühmend. Die Musik. Ach, ja. So, los geht's. Boom, 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 boom. Na komm, mach hin. Schafft's dann. Gut, dann bleiben wir jetzt auch erstmal auf erhöhtem Tempo wieder. No. Hat sie noch irgendwas hier? Da? Okay, was ist das? Sonderbonbon. Sonderbonbon. Einfach wieder so ein kleiner Schrein. Hm, wo gehen wir jetzt hin? Ich geh jetzt erstmal da hin. Oh, dann kann ich eigentlich gleich mal anlassen, weil ich geh jetzt hier erstmal... Oh, dann gehen wir jetzt, wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal in die Wüste im nächsten Part. Jo, im nächsten Part gehen wir in die Wüste. Oh, was ist das für ein Typ? Nein, da wollte ich jetzt nicht rein. Okay, die Lüfte auf und ab. Nein, ich werde mal klären. Finde ich total toll. Mal gucken, ob ein Weißer hier in dem Museum drin ist. Schutz wirkt nicht mehr. Wo war denn das für ein Teil? Eine Maske, die von Menschen vorhin vom Testen getragen wurde. Wow. Haben die einen großen Kopf gehabt. Gut, gehen wir wieder raus. Wartet, da war eine Tür. Das macht mich jetzt irgendwie skeptisch. Da will ich rein. Obwohl, wir könnten mal hier durch den Wald kurz durchjumpen. Aber ich glaube, hier habe ich auch noch nicht alle Trainer besiegt. Das ist blöd, die will ich jetzt auch nicht besiegen, weil die Nerven nicht groß. Was ist das hier eigentlich? Kontaktebenen. Gehen wir da hin. Swoosh. Obwohl, ich könnte mal kurz in eine meiner Lieblingsstädte fliegen. Tessera. Ja. Ist es hier nicht schön? Ja, das ist es. Config Limit. Route 12. Gut, gegen die haben wir hier alle schon bekämpft. Route 12. Ein massiver. Auflauf von Pokémon hat sich gebildet. Die Zera-Brücke bietet einen herrlichen Blick über die gesamte Stadt. In Zera legt man die Arbeit nieder, sobald die Sonne untergegangen untergeht. In Zera wird es erst nachmittags so richtig geschäftigt. Kommen wir ein Pokémon mit dem richtigen Spitznamen noch näher. Der Namensbewerder. Der Namensbewerder. Von Stratos City. Okay, in Stratos City haben wir da was. Ein massiver Pokémon auflauf, wie erkennbar. In den Wäldern vor der Stadt gibt mir zu denken. Okay. Ich sag ja, bis Level 60 geht das hier der ganze Spaß. Da habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust drauf. Lalalala. Also gehen wir doch nicht in der nächsten Folge in die Wüste, sondern gucken uns hier noch ein bisschen um. Okay. llä... Männlich. um. So... Flucht. Ska Rabor. Juhu! Ja. Oh Gott. so ich möchte diesen text karte da sind ja da erwähnt wurde in dieser stadt hier wir müssen irgendwie darüber kommen tangela ja 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 tangela ach ja tangela heißt es ich weiß es topschütz also wir müssen auf die nachricht achten Pokemon treibt sich irgendwo da rum weil dann heißt es nämlich dass da ein Wander-Pokémon ist was wir davon noch nicht gesehen haben und was wir nicht haben okay das ist Top-Ether Top-Ether so die haben wir ja auch schon besiegt wir müssen diese Briefe hier finden diese Beknackten das habe ich der Trolle ja mehr oder weniger versprochen jetzt muss ich auch noch rumsurfen jo na komm danke hüpf und surfen schr 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 nrm schr u schr Adiós.